Frenkel Frotzelt. Heute. Let's Play. Eurotrack Simulator 2. Tag ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Eurotrack Simulator 2. Der blöde Pisser da gerade eben. Habt ihr gesehen? Der hat mich geschnitten, der Wichser. Zum Glück war ich dann auch schön auf der Bremse. Gucken wir mal. Wir wollen mal kurz einen Blick hier reinwerfen. Wir fahren von Nürnberg nach München. Das seht ihr hier. Oh oh. Und hier Kraftstofftank. 12 Tonnen habe ich jetzt hinten dran. Und jetzt muss ich aufpassen, dass kein Unfall passiert. Ich muss gleich vollbremsen hier. Scheiße. Okay, das war... Ja, ich meine, ist klar. Ihr wollt ja was zum Lachen haben. Deswegen habe ich das jetzt gerade mal absichtlich gemacht. Scheiße. Das ist teuer, ey. Und das mit meinem neuen Gretzky Truck. Verdammt! Na egal. 6%. Was sind schon 6%? Naja, okay. Ja, also. Es geht nach München mit einem Kraftstofftank. Und das versuchen wir jetzt möglichst schnell hinter uns zu bringen und dann das Ding hier wieder zu reparieren. Das kostet wieder meine Fresse, ey. Ja, das kommt davon, wenn man auf eine Ampel zufährt und dann irgendwie mit der Meinung ist, man muss ständig durch irgendwelche Menüs durch, ja. Frenkel, Frenkel, Frenkel. Jetzt ist die Schnauze von dem Scania, die ist ja sowieso immer relativ platt und breit. Jetzt ist sie noch einen Tick platter und breiter, glaube ich, ne. So, und wenn wir auf der Autobahn sind, dann zeige ich euch den nochmal. Das ist ja eine neue Lackierung. Also neuer Truck mit einer ganz neuen Lackierung. Einer Zuschauerlackierung. Vom Herrn Fatze. Ja, und da sind wir ein bisschen schnell um die Kurve. Was ist denn los, Frenkel? Frag mich nicht, ob ich was getrunken hab heute. Frag mich lieber, du hast heute nichts getrunken, oder? Also, das hab ich aber grad nochmal hingekriegt, dass wir dich auch noch aus den Latschen kippeln. Das wär teuer geworden, mein lieber Herr Gesangsverein. So, also, kurzer Blick nach draußen. Mein Super Truck. Ist der nicht geil? Mit der Nummer 99. Entsprechend Wayne Gretzky. Den haben wir da hinten drauf. Und jetzt fahr ich lieber wieder aus der Cockpit-Perspektive, sonst geht da noch was schief. Was mir mittlerweile auch sehr gut gefällt, ist diese Perspektive hier. Obwohl es hier nicht so viel zu sehen gibt, aber irgendwie ist die cool. Man fühlt sich wie so ein Vögelchen, das da einfach mal mitfährt. Ja, komm, jetzt konzentrieren wir uns mal. Komm. Diese Schlangenlinien dauernd. Ja, das geht doch gar nicht, Herr Frenkel. Wir sind doch Profi mittlerweile. Da müssen wir doch mal ein bisschen besser fahren, ne? Sonst beschweren sich wieder die Zuschauer, ne? Da heißt es wieder, wenn du fährst, dann scheiße. Ey, du Penner. Du bist so dumm. Du fährst so kacke. Und das wollen wir doch nicht. Ja, ähm, während ich jetzt auf dem Weg nach München bin, fällt mir gerade noch was Lustiges ein. Ich hab da neulich was gelesen. Jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem, auf welcher Seite war das Spiegel Online. Ich glaube, es war Spiegel Online. Ich hab's auch, glaube ich, kurz thematisiert, bei mir auf Facebook, dass es irgendeine Uni gibt, die, ähm, für die Gleichberechtigung der Frau kämpfen möchte. Das ist ja ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Hahaha. Ja. Ich bin ja immer so ein bisschen frauenfeindlich, ne? Ich bin ganz schlimm frauenfeindlich, sagt man mir ja nach. Was eigentlich gar nicht stimmt. Ich mach nur ein paar Witzchen. Aber was diese Uni jetzt vorhat, ähm, das ist wirklich unglaublich. Und zwar möchte sie, um den Frauen zu helfen, ja, gleichberechtigt zu werden, ähm, ja, verbieten die, oder, ähm, streichen die den Begriff Professor. Und, äh, ab sofort muss es, äh, Professorin heißen. Und jetzt kommt ja der Knüller. Ja, nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Also, das ist jetzt keine, das ist kein Aprilscherz. Das ist kein Witz von mir. Das ist wirklich so. Das muss dann heißen, ja, Herr Professorin. Und da frag ich mich doch, hat so eine Uni, haben die nichts Besseres zu tun? Also, hoppala, hoppala. Irgendwie lenkt sich der so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen empfindlich, der gute, äh, Scania-Chuck hier. Ich bin ja diesen DAF gefahren zuletzt und das kann sein, dass der vielleicht ein bisschen schwerer und ein bisschen besser auf der Straße lag. Der hatte ja auch zehn Reifen, ja, und nicht nur sechs. Ja, äh, was haltet ihr davon, Herr Professorin? Ja? Ich weiß nicht, das, ich hoffe, das ist nur eine Scherzin, weil, äh, irgendwie kann ich das nicht ernst hinnehmen, so richtig. Also, mal ganz ehrlich, die haben doch einen total an der Waffel. Erstmal abgesehen, abgesehen davon, jetzt mal ganz ernsthaft, abgesehen davon, dass das der Gleichberechtigung überhaupt nicht, null, gar nicht weiterhilft, weil es völlig für einen, für einen Arsch ist, ja? Abgesehen davon ist das für mich, äh, ganz ehrlich, das ist für mich eigentlich schon männerfeindlich. Ja, ist so, ja? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Also, würde mich interessieren, wie ihr das seht. Und wer es nicht so sieht, wie ich, soll am besten, am besten keinen Kommentar schreiben. Hahaha. Alle nur mir recht geben. Ja, ist doch auch wahr, oder? Ich meine, was soll das? Ich habe es jetzt auch vergessen, welche Uni das war. Ach man, wenn ich mir nicht alles aufschreibe, wer es weiß, äh, schreibt es in die Kommentare. Am besten, ihr gebt einfach mal, äh, bei Google, Herr Professorin ein, dann müsstet ihr den Artikel eigentlich finden. Glaube ich. Oder so. Meine Hand möchte ich dafür nicht ins Feuer legen. So, was sehe ich hier gerade? Ähm, ich habe nur noch 213.000 Euro, weil ich Geld ausgegeben habe, wie wir gekloppt. Ich habe ja lauter Trucks gekauft, eine zweite Garage gekauft. Und, äh, ja, mittlerweile, da kommt das Geld ja von selber rein. Also, das mit dem Geldverdienen, das ist ja mittlerweile, hat sich das ja ein bisschen erledigt. Also, wenn man da erstmal ein paar, paar Fahrer hat, ähm, und, äh, zwei Garagen, dann, äh, ja, dann ist das ordentlich, was da so zusammenkommt. Und wenn man dann noch mehr hat, glaube ich, ähm, dann, äh, ja, dann ist das Geld so im Überfluss da. Kann man denn eigentlich was spenden in dem Spiel? Ich würde gerne der Uni was spenden, die diese Idee hatte, ähm, die weibliche Form für Professoren einzuführen. Und zwar nur die, ich kann, also ehrlich, ich kann's nicht fassen. Und ich dachte zuerst auch, das muss ein April-Shirt sein. Aber nein, das stimmt. Das ist wirklich die Wahrheit. Realsatire, at its best, würde ich mal sagen. Ja, und denen würde ich gerne was spenden. Und zwar irgendwie am besten 5 Millionen, damit die sich vielleicht ein paar neue, äh, Professoren, äh, ein paar, äh, bessere Verantwortliche, die nicht auf so eine bekackte Idee kommen. Also mal ernsthaft, das ist doch bekackt, bekackter geht's doch gar nicht mehr. Also ich krieg's nicht, ich krieg's nicht gebacken. Also, äh, wie kann man so, so einen Scheiß bauen? Das verstehe ich nicht. Ähm, und das Beste war, glaube ich, der, der die Idee hatte, der hat das irgendwie gar nicht mal so ernsthaft gemeint, sondern hat das einfach nur mal so in die Runde geworfen. Und, äh, jetzt, ähm, in dem Artikel meinte er, Ja, Scheiße, ich dachte doch nie, dass das wirklich ankommt und dass das gemacht wird. Dass das eine Mehrheit findet. Ja, da solltet ihr mal, äh, auch was draus lernen, ja. Macht keine Vorschläge, einfach nur aus Scheiß heraus, weil sonst, ähm, werden die auch noch umgesetzt. So. Jetzt konzentrieren wir uns aber weiter auf unsere lustige Fahrt. Zu sehr weit kann's ja nicht sein, ne. 37 Kilometer noch. Das kriegen wir in der Episode. Das ist mal so ein richtiger schöner Kurztrip von Nürnberg nach München. Hervorragend. Das ist schön, ja. Das ist so richtig schön. Mal kurze, knackisch. Da drüben ist ein, äh, Truck, eine, US-Truck. Hab ich ja auch einen. Ein Peterbilt. Bin ich auch schon gefahren. Schon lang nicht mehr gefahren. Könnte ich auch mal wieder fahren irgendwann, oder? Die Mone ist ja auch schon gefahren. Vielleicht sollte ich der Mone mal einen Schwertransport reindrücken. So einen richtig heftigen. Das wär doch mal lustig, oder? Ja, also. Wir sind schon kurz vor München. Alles bestens, alles super, alles gut. Wir liegen, glaube ich, auch gut in der Zeit. Da, da kommen schon wieder 2300 rein. Ähm, 2300 Euro von der Sophie. Das ist jetzt nicht so viel, aber die hat ja erst angefangen, die Sophie. Also, für die Sophie ist das noch nicht so viel, aber, wie gesagt, erst frisch dabei. Und jetzt muss ich ja abbiegen. Und zwar möglichst so, dass mein Truck nicht umfällt. Nicht umkippt. Hatten wir ja alles schon. Um nochmal auf die TSM-Jungs zurückzukommen, für die ich ja meinen, äh, den, 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 den Monster-Duff-Truck vorstellen dürfte. Ähm, die haben ja angeboten, dass wir künftig vielleicht nochmal was machen, so exklusiv. Ich hoffe, das klappt. Ich bin sehr dafür. Ich bin offen. Weil es ist natürlich schon cool, wenn man was zeigen kann, was irgendwie noch nirgendwo gibt. Das ist schon geil. Und deswegen, ähm, ich glaube, das wäre auch in eurem Sinne, dass wir da immer so ein paar Mod-Themen aufgreifen. So! Da sind wir! Da sind wir in Minga! Jetzt ist nicht mehr weit und das Einparken sollte kein Problem sein. Das ist ja kein Schwertransport hier, ne? Obwohl, bei mir, man weiß es nie. Kommt immer drauf an, wie eng die Einfahrt ist und das ganze Zeug. Oh ja, und reparieren muss ich ihn auch, weil, ähm, Wie ihr wisst, hatte ich ja einen kleinen Unfall. Komm, wer hat grün? Hallo! War das nicht grün? Ich dachte, das wäre grün gewesen. Ich dachte, die hätten gerade rechtzeitig umgeschaltet. Ah, komm, macht nix. Schneid mal raus. Hier muss ich rein. Genau, zum Daxer. Zum Daxer müssen wir. Wo muss ich dann abliefern? Da ist genug Platz. Das ist ein schöner Hof. Aber in dem Hof war ich, glaube ich, noch nicht. Ey, cool. Ein Eurotruck. Auflieger. Nett. Wo ist denn jetzt hier das Ding, wo ich rein muss? Hä? Was ist denn jetzt los? Ähm, habe ich gerade irgendeinen Denkfehler drin? Warum ist hier nicht angezeigt, wo ich abliefern muss? Was geht? Was mache ich denn jetzt? Ach nee, ich muss wieder darüber. Ich bin falsch gefahren, oder was? Hä? Hä? Ach, auf der anderen. Ja, der Herr Frenkel mal wieder. Ist es nicht lustig? Ein lustiges Fail wie der Sondergleichen. Und jetzt der scheiß getunte Kackvogel hier. Ich will jetzt da durch. Mann! Natürlich! Genau dahin stellen, du Arschloch! Ja, ich bin einfach auf der falschen Seite gewesen. Das war das Problem. Auch das schneiden wir raus. Ich dachte schon. Wie kann ich jetzt mein Zeug loswerden? Jetzt habe ich mich so schön über den Hof gefreut. Und habe noch jubiliert, dass es da noch nie war. Und dann sowas. Aber das ist auch ein relativ einfaches Manöver hier. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht an diese komischen Stahlträger hinknalle. Versehentlich beim Rückwärtsfahren. So. Einmal rum hier um die Kurve. Balam, 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 balam. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Okidoki. So. So, jetzt sehe ich das Ding hier nicht mehr richtig. Doch, wunderbar. Das ist perfekt. Noch ein bisschen gerade stellen. Und dann fahren wir einfach rückwärts. Und dann hoffen wir mal, dass das auf den ersten Versuch klappt. Sieht ja gut aus. Wir müssen ein Stück weiter rüber jetzt. Nicht, dass uns das hier zu streng ausgelegt wird. Komm, das gilt doch, oder? Ist doch super. Hat doch super geklappt, oder? Komm. Hallo. Jawoll. Sag ich doch. Auftrag erfüllt. Gute Arbeit. Ich weiß auch warum. Ich hatte so einen kleinen Unfall. Oh, ich bin Level 25, oder? Nee, scheiße. Och, komm, das gibt ja kaum Erfahrungspunkte. So eine Kacke. Ja, ich hatte so einen kleinen Unfall. Und der hat zur Folge, dass ich jetzt das verdiente Geld gleich wieder ausgeben darf, weil ich den Truck reparieren muss. Muss ja alles eine Ordnung haben, ne? Ähm. Zur nächsten Darkstadt, bitte. Auf geht's. Das machen wir schnell noch und dann sind wir schon am Ende. So, langsam. Kommt nix. Super. Und dann da vorne rum. Vielleicht mal nicht über Rot. Obwohl. Na, jetzt brauchen wir nicht mehr gut durchfahren. Komm, fahr zu, du Arsch! Los! Komm mal ein bisschen in die Puschen da! Sonst wird's hier wieder rot, bis ich da ankomme. Mann, Mann, Mann. Du regst mich auf hier. Und da ist jetzt rot. Und da wenden wir mal einen Trick an. Den kann ich euch auch gleich mal zeigen. Das ist ein Trick. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Blitzeampel ist. Ich weiß auf alle Fälle, wenn ihr über einen Bürgersteig fahrt, blitzt die Ampel nicht. Das nur so als Tipp, wenn ihr es mal eilig habt. So. Ah. Meine entzündeten Euklein sehen schon wieder was. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Das hatten wir zwar schon, aber weil es sich gerade wieder anbietet. So. Also. Das war die falsche. Hier wollten wir hin. 5, 7, 2, 3, 1. Das kostet 9.000. Ich weiß gar nicht, was ich verdient habe. Naja. Komm. Wir haben's doch nach wie vor. So. Dann speichere ich jetzt mal ab hier. Weil wir ja wirklich, wie gesagt, am Ende sind. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Like da. Das wäre sehr schön. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Jetzt schaue ich mal, ob das noch geht. Wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Da vorne war nicht diese Sprungschanze. Genau. Das haben wir schon mal gemacht. Aber vielleicht hat es der eine oder andere verpasst. Nicht gesehen. Ich werde es jetzt nochmal machen. Ohne Auflieger. Weil ich gerade keinen da habe. Schade. Aber egal. Komm. Und jetzt schauen wir mal, was wir da Ufserei kriegen mit meinem Euler's Truck hier. Bäm, Baby. Bäm. Bäm, 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 Bäm. Bäm. Und ich habe wieder Schaden 6%. Macht aber nichts. Ich habe vorher gespeichert. Ich bin nicht ganz drüber gekommen, ey. Das ist ja schwach, oder? Das ist ja echt schwach. Und ich komme auch gar nicht mehr weg. Macht nichts. Also, ich sage tschau, tschau. Bis zum nächsten Mal.